Vorab, dieses Video ist von einer KI-Stimme gesprochen, die Texte stammen aber von einem Menschen. Wenn Sie also solche Videos nicht mögen, bin ich nicht böse, wenn Sie nun das Video wieder schließen. Alle anderen herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Heute begeben wir uns in die Zeit der Französischen Revolution. Die Seherin, um die es heute geht, ist in Deutschland etwas weniger bekannt, obwohl sie Deutsche war. In Frankreich jedoch ist ihr Name durchaus ein Begriff. Begleitet mich in das Leben der Mystikerin und Seherin, Helene Wallraff. Bevor ich nun mit dem Leben und Wirken der Seherin beginne, muss ich noch etwas zu ihren Namen erklären. In den französischen Aufzeichnungen, die ich zur Recherche herangezogen habe, wird sie Helene mit einem E am Ende genannt. Auf deutschen Seiten Helena mit einem A. Ich habe mich für die französische Version entschieden. Und hoffe, das ist okay für euch. Nur damit keine Missverständnisse auftauchen. Nun aber beginnen wir endlich und ja, ich bin wieder abgeschweift. Helene Wallraff wurde 1755 in Brüggen geboren, einer Zeit tiefgreifender Umbrüche in Europa, im Schatten der französischen Revolution. Die Aufklärung hatte die Autorität der Kirche geschwächt. Gleichzeitig wuchs die Sehnsucht nach Spiritualität und Mystik. In dieser Atmosphäre erlebte Helene ihre ersten Visionen, die von apokalyptischen Bildern und der Ankündigung einer neuen Zeit geprägt waren. Die Stigmata, die Wundmale Christi, die Helene trug, waren ein weiteres Zeichen ihrer Auserwähltheit von Gott. In einer Zeit konfessioneller Spannungen zwischen Katholizismus und Protestantismus wurden ihre Visionen als Beweis für die Gültigkeit des katholischen Glaubens gesehen. Dennoch blieben immer wieder Zweifel an der Wahrheit ihrer Stigmata. Dies war jedoch auch der turbulenten Zeit geschuldet. Die französische Revolution und die Besetzung des Rheinlandes durch die Franzosen stellten Helenes Leben auf die Probe. Die Franzosen sahen in ihr und ihren Anhängern eine Gefahr für ihre Herrschaft. Die Verhöre der Seherinnen waren Ausdruck der Angst der Obrigkeit vor subversiven Elementen. Helenes Beichtvater, der Pfarrer von Kierdorf, spielte eine zentrale Rolle in der Verbreitung ihrer Prophezeiungen. Dadurch setzte er sich in erhöhtem Maße den Repressalien der Franzosen aus. Diese verhafteten ihn und eine Kavalerietruppe verschleppte ihn als Gefangenen nach Köln, wo sie ihn zu seinen Schriften befragten. Die Franzosen verdächtigten den Kirchenmann, Teil einer österreichischen Verschwörung zu sein. Da die Beweise fehlten, ließen sie ihn laufen und der Priester floh aus dem besetzten Gebiet auf gefahrvollen Wegen und übergab dem Erzbischof von Köln die Aufzeichnungen über Helenes Visionen. Diese Dokumente wurden später veröffentlicht und trugen zur Legendenbildung um Helene bei. Ganze acht Monate dauerte die Prüfung der Dokumente. In dieser Zeit quartierte sich der Pfarrer vor Ort ein. Um in der Nähe zu sein, sollte es Nachfragen geben. Auch Helene folgte ihm dorthin und half bei der Interpretation des Textes. Nach all der Zeit und den Repressalien ihm gegenüber, wollte der Priester das vereinbarte Buch über die Schauungen Helenes nicht mehr übernehmen. Wohl war seine Angst, wieder in den Fokus der Franzosen zu geraten, zu groß. Helenes Ehemann Wilhelm übernahm also die große Verantwortung, die Niederschrift der Prophezeiungen. Das Buch »Trost der Betrübten« wurde zu einem wichtigen Symbol des Widerstands gegen die französische Besatzung und inspirierte die Menschen zum Widerstand gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Helene Wallraff starb 1801, wie von ihr selbst vorhergesagt, am Fest des Heiligen Kreuzes. Ihr Grab in Kierdorf entwickelte sich zu einem Wallfahrtsort, an dem Pilger bis heute Trost und Inspiration suchen. Das Rheinland war im 18. Jahrhundert ein Flickenteppich aus geistlichen und weltlichen Territorien. Die geistlichen Territorien wie das Erzbistum Köln und die Fürstbistümer Trier und Münster unterstanden der Herrschaft des Kurfürsten bzw. des Bischofs. Die weltlichen Territorien wie die Herzogtümer Jülich und Berg wurden von Herzögen regiert. Dennoch, oder gerade deshalb, scharte sich eine Gruppe von Anhängern um Helene, die in diesen Zeiten spirituelle Führung gab. Sie organisierten mehrere religiöse Prozessionen, an denen ganze Stadtteile teilnahmen. Dies erregte die Aufmerksamkeit der französischen Besatzungsmacht und Helene und ihre geistigen Brüder, die sich auch Brudermeister nannten, wurden in Köln ins Gefängnis geschickt. Helene Wallraffs Visionen umfassen ein breites Spektrum an Themen, von politischen und sozialen Umbrüchen bis hin zu religiösen Erneuerungen. Helene prophezeite den Sturz Napoleons und die Wiederherstellung der Bourbonenherrschaft in Frankreich. Diese Prophezeiung erfüllte sich 1814 mit der Verbannung Napoleons auf die Insel Elba. Auch sah Helene die zukünftige Einheit Deutschlands voraus, die im Deutschen Kaiserreich unter preußischer Führung 1877 Wirklichkeit wurde. Sie kündigte eine Zeit der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens an, in der Armut und Ungleichheit überwunden sein würde. In religiöser Hinsicht äußerte Helene in ihren Prophezeiungen einiges. Sie rief zu einer Reform der Kirche auf, die sich auf die ursprüngliche Reinheit des Evangeliums besinnen sollte. Sie verkündete das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens, das 1854 von Papst Pius IX verkündet wurde. Und Helene sah die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten voraus, die eine neue Ära des Friedens und der Gerechtigkeit einläuten würde. Ihre Forderung nach sozialer Gerechtigkeit beeinflusste die Entwicklung der katholischen Soziallehre und inspirierte soziale Bewegungen. Weitere Schauungen Mein Kind, wenn der Papst von seiner Kanzel aus der Kirche einen Dogma oder Moralpunkt außerhalb des Generalkonzils vorschlägt, ist er dann unfehlbar? Das ist es, was ich, der himmlische Vater, euch frage. Und ich bin als ewige Wahrheit auch bereit, euch selbst die Antwort zu geben. Sage meiner ganzen heiligen Kirche, der Papst allein ist in diesem Fall unfehlbar. Denn wir, die drei göttlichen Personen, kommen ihm zu Hilfe, damit er in seiner Eigenschaft als Oberhaupt der Kirche nicht Unrecht haben kann. Helene Wallraffs Prophezeiungen zur Unfehlbarkeit des Papstes erlangten im 19. Jahrhundert große Bedeutung. Sie wurden von den Befürwortern der päpstlichen Unfehlbarkeit als Beweis für die Gültigkeit dieses Dogmas herangezogen, das 1870 vom Ersten Vatikanischen Konzil verkündet wurde. Neben den Prophezeiungen zur Unfehlbarkeit des Papstes hatte Helene Wallraff noch weitere Schauungen, die sich mit Themen wie der Zukunft der Kirche, dem Antichristen und dem Ende der Welt befassten. Schauungen über die zukünftige Zeit. Die Bösen werden von den Bösen vernichtet. Vieles Gute wird auch zugrunde gehen, aber für ihre Erlösung. Der Militärstaat wird nicht länger dauerhaft sein. Ein Drittel der Menschen wird vom Sturm mitgerissen. Es wird nicht lange dauern, bis diese Katastrophen ausbrechen. Gott wird in diesen Zeiten große Wunder tun. Das Gemeinschaftsleben wird im weltlichen Klerus eingeführt und strikt vorgeschrieben. Jobs und Verantwortlichkeiten werden nicht länger an die Geburt geknüpft oder durch Schutz erlangt, sondern werden denjenigen übertragen, die sie verdient haben. Die Kasernen werden in Klöster umgewandelt und der Eintritt in die Religion wird frei sein. Dann wird das goldene Zeitalter der Priester zurückkehren, auch wenn wir auf hölzerne Kelche reduziert werden. Alle Zustände der Gesellschaft werden durch die Gottesfurcht wiederbelebt. Dann werden Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde herrschen. Ein Fürst, der bisher unbemerkt geblieben ist und dessen Haus unter den Unglücken der Zeit sehr gelitten hat, wird diesen wahren Frieden auf die Erde bringen. Ein flüchtiger Papst, dem nur vier Kardinäle folgen, wird in Köln Zuflucht suchen. Helene Wallraffs Prophezeiungen über die Zukunft sind teils apokalyptisch und teils hoffnungsvoll. Sie spiegeln die Ängste und Sehnsüchte ihrer Zeit wieder und lassen sich als Aufruf zur Umkehr und zum Vertrauen auf Gott verstehen. Wie auch Alois Irlmayr sah sie den kommenden Kaiser, dessen Krönung in Köln und auch die Flucht des Papstes ist ganz offensichtlich in ihren Gesichten. Die Prophezeiungen Helene Wallraffs sind nicht unumstritten. Kritiker bezweifeln ihre Echtheit und verweisen auf die Tatsache, dass sie erst nach dem Tod von Helene Wallraff veröffentlicht wurden. Da aber immer Kritik an Sehern geäußert wird, bin ich der Meinung, dass dies nur dazu dienen sollte, ihre Schauungen und auch ihre Person selbst in Misskredit zu bringen, nur um die Anbetung der Seherin etwas zu unterbinden. So bleibt mir nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert kostenlos diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. So werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video veröffentlicht habe. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. .